Er spielt ein Stück, das heißt für alle Kranken, die heute noch hier sind, das heißt Influenza do Jazz. Von dieser Influenza könnt ihr euch auch getrost anstecken lassen. Influenza do Jazz, Markus Kerber auf der Querflöte. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Markus Kerber auf der Querflöte. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.